Mike, Dave, ich hab euch wahnsinnig lieb. Und ich kann's nicht erwarten, dass ihr Teil unseres großen Tages seid. Aber ihr braucht Dates für die Hochzeit. Du willst, dass wir auf deine Hochzeit Dates mitbringen? Bitte. Was soll der Mist? Hast du ne Marke? Du spinnst doch. Wer passt denn dann auf die Bierrutscher auf? Wenn das Ding nicht sauber ist, ist das grauenvoll echt. Ich glaub, ich hab mir dabei mal Herpes geholt. One, two, drink it loose now. Wir sind doch total lustig. Und die absolut coolsten Typen auf den Familienfeiern. Wir geben unser Bestes für dich. Wir müssen die richtigen Mädels finden. Das ist für Genie. Wo sollen wir suchen? Was? Wir machen was Abgefahrenes. Mike und Dave Stengel brauchen Dates für die Hochzeit ihrer Schwester auf Hawaii. Die Jungs bringen uns nach Hawaii. Wir suchen Mädels, die unserer Mann und unserer Schwester auch gefallen. Wir werden so vertrauenswürdig aussehen wie Sau. Wir hauen ab. Gehört alles zum Plan. Ma'am, ich will echt nicht ihre Brüste betatschen. Oh, mein Held. Ich hab ihr Leben gerettet. Ich hab sie gerettet. Grandma, das ist Alice. Sie ist super klug. Ich manage Hedgefonds. Wow. Wir hatchen das. Wir hatchen das echt krass. Tatjana. Sie ist Lehrerin. Hey, jetzt verpisst euch alle gefällig. Heute ist Erwachsenenschwimmtag. Genie, ich will dir voller Stolz unsere Hochzeitsdates vorstellen. Ihr seht toll zusammen aus. Dankeschön. Du bist so winzig, er ist so mächtig. Kriegst du ihn ganz rein? Oh. Wer sind diese Tussis? Braucht ihr da etwa Gras? Es ist neun Uhr früh, wer kifft denn da bitte? Meine Grandma ist gleich da vorne. Oh ja? Will die Alte auch einen Zug? Die haben uns angelogen, um für Ome nach Hawaii zu fliegen. Du bist dran, Mike. Sei keine Pussy. Ich werde niemals sterben. Oh, scheiße. Weg da! Und geht es? Sieht aus wie eine missratene Waffel. Wie eine Waffel, bei der der Koch sagen würde, die schmeißen wir besser weg. Das ganze Hochzeitswochenende ist voll von Arsch. Seid frei, meine Freunde. Hast du was genommen? Dave, ich will ehrlich sein. Ich kann dieses Pferd nicht länger anziehen. Was? Das sind diese Mädels. Die Mädels sind nicht das Problem, sondern ihr. Ich bin total gestresst. Kannst du ihr helfen, sich zu entspannen? Diese Technik heißt, er sich verbeugende Pinguin. Der mutende Affe. Unsere Seelen werden sich verbinden, wo unsere Löcher sich binden. Und was jetzt? Ich platze rein, wenn Mom gerade bei Dad einen Push-Pop macht? Was ist ein Push-Pop? Eine Sextechnik, die ich mir ausgedacht habe. Was ist ein Push-Pop? Wenn die komplette Hand im Polo steckt, Dave. Oh Gott! Zwei Hände, zwei Hände. Reinschieben, rausschieben, reinschieben, reinschieben, reinschieben. Oh Gott! Jetzt haben wir die Ja, 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 ja.